Wo ist die ungeschwankt? Was da? Welche meint ihr? Hier oben irgendwo? Ach egal. Ist doch egal. Nachgiebig. Ich war nachgiebig. Ganz genau. Ja, Kapitän. Segel setzen! Kein Wind mehr, Kapitän. Wir segeln morgen weiter. Kein Wind mehr, Kapitän. Wir segeln morgen weiter. Hier könnt ihr einen Markt bauen. Und in Peking. Und Peking. Ganz gut. Hier. Und hier. Ach toll. Nädrig er aber. Okay, gut. Die Timuriten erklären Russland den Krieg. Dann haben wir nochmals einen leichten Gän. Ach genau. Die Timuriten. Ja. Das ist schon kurz. Ja. Viel bessere Einheiten. So. Hier müssen wir vorbilden. Und hier. Die Weite ausbilden. Die können wir ja nicht. Sonst. Ja. Okay, kurz was trinken. Und hier. Ah, so haben wir diese Runde auch. Fertig. Und jetzt hier überall Gebiete erobern. Aber das Ding ist nicht normal. Was ist denn das für eine KI? Okay, sie haben keine Gebiete erobern. Dann ist gut. Oder vielleicht, ja. Ich weiß jetzt nicht wie viele Gebiete sie... Wahrscheinlich ein Gebiet. Das ist eine Stadt. Immer wieder eine Stadt ist. Das ist ein Gebiet. Ja. Sind sie gleich gut wie am Anfang? Oder ja. Ein bisschen schlechter. Die haben extrem viele Gebiete erobern, denke ich jetzt mal. Von den Rebellen. Hm. Das wird noch ein Kampf. Ja. Ja. Ihr seid so Arschlöcher von der Regierung. Solche fetten... Also vom Mardisrat. Mein Herr. Also so etwas von... Blöd. Ach komm, das interessiert mich jetzt so ein bisschen. Wie geht es? Alle Wege zu diesem Hafen blockiert. Aha! Das ist ein Turm! Oh mein Gott! Dieser Mod ist so schlecht von diesem... der angenommen... äh... übernommen wurde. Für diesen... Conquer the World. Von den Asiaten. So etwas von schlecht. Man kann doch nicht... fünf Kilometer hohe Türme bauen. Ähm... Gibt es hier irgendwo... ein normaler Turm? Nein. Ein normaler Turm ist ungefähr so groß wie die Linie. Vielleicht noch ein bisschen kleiner. Und jetzt stellt euch das mal vor. Oh mein Gott! Die Größenverhältnisse von den Städten ist schon schlecht. Okay, wir verdienen noch ein bisschen. So, Minifabhunt. Und jetzt? auf dem Astro! Inder Kai! Schiffsbau Drachenbootkulb Kriegsgalier Langschiff Wir machen den Marketing Oder Assistierplatz Hier kackt Wir auf das Geld Rathaus Hier Sehr wichtig Wo seid ihr jetzt, ihr Zucken? Wessen Zeit ist abgelaufen? Jetzt nehmen sie wieder eine Repäntsiedlung an Oh Gott Die haben schon große Straßen Halbstraßen Gucke ich jetzt mal Wir erzeugen sie wieder ganz Ich muss unbedingt hier einen Spion hin tun Damit ich mit dem Krieg Bisschen besser planen kann Ja hier unten Das ist jetzt mal wirklich keine Gefahr Ich denke mal so ist gut Ich hoffe Ich hoffe die haben rebelliert oder so Wer ist mein Ziel? Nein sie sind natürlich eben noch da Ein Ziel bitte Das ist alles was ich brauche Ja mein König Wenn ich hier jetzt Truppen abbeardere Ja Mein König Natürlich Das wusste ich Eure Befehle? Vorwärts! Eure Befehle? Ich muss es jetzt 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 oder nicht Jetzt oder nicht Ich weiß jetzt echt wie lange das Geld bis die repelieren Ich kann eigentlich Wir werden niemals aufgeben Mein König Mein König Wir werden unseres Feinde entge- Ja! Ich sei zu blöd! Ich sei zu blöd! Oh no! Kannst du wenigstens hier hin Gut Pah! Ich sorge dafür dass sie euch fürchten! Was? Fühlt sich nicht geschätzt am Arsch an Es geht mir gar nicht Da regt man sich wirklich nur noch nicht an Ah mein Gott das Spiel ähm Macht so dass wir nicht gewinnen Alle sind gegen Russland, alle sind gegen Russland. Und hier haben sie keine Truppen mehr. Ich mache jetzt Krieg gegen Russland. Ich mache jetzt Krieg gegen Russland. Krieg gegen Russland. Oh, man kann die nicht mal auswählen. Ja! Ja, Kapitän! Mein König! Ja, natürlich! Wie lautet euer Befehl? Euer Befehl vorwärts! Wohin geht es? Wie ihr wünscht, Kapitän. Ja! Natürlich! Kapitän, die Flotte kann dort nicht hinsegeln. Aber mein Herr, das geht nicht. Kapitän, die Flotte kann dort nicht hinsegeln. Haltet die Fresse! Überdenkt ihr den Kurs bitte noch einmal, mein Herr? Ja! Jetzt gibt es wirklich Hockfleisch. Wer oder was beleidigt euch, mein König? Jetzt gibt es Hockfleisch. Wohin geht es? Oh Mann, die haben schon wieder so viele Truppen. Die sind einfach zu reich. Befolgswachstum minus 1,5%. Haha, jetzt weiß ich was die machen. Die sind wirklich sehr sehr anstrengend. Geld verdienen. Was ist hier? Was ist hier? Ich bin sehr gut. Ja Kapitän, kein Wind mehr Kapitän, wir segeln morgen weiter. Wohin geht es? Also kommt hier mal nach oben. Ich weiß jetzt nicht welche die schlecht sind, aber von der Rüstung her... Okay, dann geht ihr hier hoch. Weg. Okay. Also, ähm, hier Truppen ausbilden. Okay, die brauchen noch einige Zeit. Ähm, hier angreifen. Vergesst die Höflichkeit, Männer! Wir zeigen... Wir haben nichts besseres als den Tod verdient. Wie lautet euer Befehl? Ja. Ja, das will ich hoffen. Das will ich mal hoffen. Sehr gut. So. Also, da müssen wir hier nichts mehr ausbilden. Das ist gut. Sehr schön. Vielen Dank.